So, vorletzter Tag jetzt hier in Österreich. Wir sind jetzt am Aachensee. Juni macht jetzt gerade noch ein paar Bilder. Wir fahren anschließend dann noch zum Schlägeis speichern, damit wir noch ein bisschen Hochgebirgsfeeling haben und Gletscher mal auf die Linse bekommen. Das wäre vielleicht noch ein Highlight. Genau, also einfach mal machen. Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020